Das ist er jetzt, unser neuer elektrischer Stadtbus. Wir waren in Deutschland, wir waren in 15 Betrieben, haben den vorgestellt. Fahrgefühl, ganz anders, ganz ruhig, hohe Reichweite, genau das, was wir unseren Kunden schuldig sind, genau das, was unsere Kunden fordern und wir freuen uns drauf. Der erste Eindruck, technische Richtung, MAN, ist man natürlich einen gewissen Standard gewohnt, den finde ich hier wieder, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Bürger dürfen erwarten, dass wir hier in Bonn bis 2035 emissionsfrei fahren bzw. eine klimaneutrale Stadt sind und dazu gehört dann einfach auch eine klimaneutrale Mobilität anzubieten. Ich fand diese Fahrt sehr angenehm für mich als Fahrer, weil es ist ein sehr leises, komfortables Fahrzeug, sehr ruhig auf der Straße gelegen. Wir haben es ja gemerkt, dass die Straße auch teilweise recht uneben war, trotzdem hat das Fahrzeug das gut ausgeglichen. Also für mich war das sehr angenehm. Pellworm ist immer schon elektroaffin gewesen mit Windkraftanlagen, Solar und so weiter. Und von den Reichweiten hier auf Pellworm ist das einfach optimal, dass wir den Bus tagsüber für die Schule einsetzen können und nachmittags für die Inselrundfahrten. Also das Fahrrad war sehr gut, sehr bequem, sehr ruhig. Ich denke, dass der Bus bei den Fahrgästen äußerst positiv ankommen wird, zumal er sehr geräuscharm ist. Er ist ruckfrei, das alleine bietet schon einen sehr hohen Komfort. Es ist ein Fahrzeug, was die Fahrer halt kennen vom Prinzip her, natürlich jetzt mit einer anderen Antriebsform dahinter. Das schafft Vertrauen erstmal. Ein sehr schönes, starkes Busmodell, ja. Muss ich wirklich sagen, mittlerweile der schönste, den ich bisher gefahren bin. Die Fahrruhe, die er hervorruft und ein Fahrgefühl, das eigentlich nicht zu vergleichen ist bisher. Modern gestaltet, als ein Bus zum Einsteigen. Also als Fazit der Roadshow würde ich sagen, es muss uns von M1 stolz machen, dass wir das, was wir an Reichweite versprochen haben, weit, weit überschritten haben. Und somit der Kunde eigentlich mit dem Fahrzeug jederzeit glücklich sein kann. Und das ist ein Fahrzeug. Und das ist ein Fahrzeug. Vielen Dank.